Ich erinnere mich an die Personen, die sich hier vor dem Lautsprecherbahn der Bühne 2 auf der Straße und auf dem Bürgersteig angesammelt haben. Durch ihre Ansammlung verstoßen sie wieder gegen das Einzimmungsverordnungs des Senats von Berlin. Ich fordere Sie auf, jetzt letztmalig ihre Ansammlung zu beenden, auseinander zu gehen und sich einzeln, maximal zu zweit in Richtung des U-Bahn-Rosenthaler Platz zu entfernen. Dieser befindet sich hinter Ihnen. Sollten Sie diese Aufforderung nicht Folge leisten, begehen Sie sich selbst in den Bereich polizeilicher Maßnahmen. Ausdrücklich weisen Sie darauf hin, dass er mit Ihrem zweiten Verweiterung verbleibt hier vor Ort eine Straftat nach der Einzimmungsverordnung des Senats von Berlin. Die Kapalierer an Ihrer Teilung, seien Sie hier kooperativ, denken Sie daran, dass die Bühne 3 auf der Straße und hier nicht beisammen steht, den Virus, den Corona-Virus, die wird transportiert, das ist genau das, was wir hier nicht haben. Dementsprechend, bitte reist die Kooperativ, leist Sie solidarisch und des Kernens in Richtung des U-Bahn-Rosenthaler Platz. Das lassen Sie sich hier drücken, bitte. Bitte, Herr Gustav, die Zeit 25. Sie haben mit einem Begriff gemahnt. Hören Sie mal auf, die Frau hierzu. Hallo, vorsichtig. Was machen Sie denn mit der Frau? Außen! Das ist meine Frau? Das geht nicht. spoilern! Sie möchte nur nicht ... Ich meine, guck Sie doch mal, was Sie da machen. Was Sie da machen? Aufhören, das geht nicht. Untertitelung des ZDF, 2020